Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem alten oder neuen Let's Play und zwar Splatoon 2. Ja, die Storyerweiterung der Octo Expansion Pass irgendwas ist jetzt raus und der soll anscheinend mega toll sein und den schauen wir uns jetzt an hier in diesem Let's Play. Okay, ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf und ja, ich habe leider die ganzen Cutscenes und so schon gesehen und das ist scheiß. Also Cutscenes nicht, es gab eigentlich vieles, es wurde mir nur erklärt, ja okay, da ist was und die Dudes haben mir halt was gesagt und so. Aber sonst, okay, es darf nein. Octo Lagen Shirt, Studio Octo Hörer, alles klar. Und ich denke mal, die wollen von mir, dass ich mit... Hä? Kann ich, kann ich? Okay, egal. Ich glaube, die wollen, dass ich mit dir rede hier. Oder? Ne, gar nicht. Ah, ne, was? Magst du eine Geschichte beginn, die aus dem Tiefen des Untergrunds halt? Ja, ja, Octo Expansion heißt das Ganze. Tun! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.